perfekt ja es wird es wird mit fisch und co kriegen wir das alles ein bisschen hin so jetzt möchte man noch mal weiter bauen ich wollte das da mal probieren okay den einen haben wir schon mal oder hier in der ecke das habe ich schon gedacht dass das nicht funktioniert jetzt hatte ich es gerade ist ja nicht kriege ich noch einen hin kriege ich nicht so und dann muss man mal hier wieder wo haben wir jetzt mal ein hammer hin sind aber jetzt drüben liegen das ne da habe ich doch in der hand gut also hier möchte ich eigentlich schon zu machen und hier die türe vielleicht sollen wir noch mal lassen wir es mal gut dass das dass das jetzt habe ich ein bisschen platz wo ist denn jetzt mal mein seil kokosnuss sehr gut und jetzt möchte ich gerne das möchte ich gerne habe ich brauche noch mal ein seil drei steine und co ok noch mal drei seile die müsste ich gerade mal hier noch mal rüber schmeißen so dass das dass das die kommen hier rüber scheiß fledermäuse keine ahnung was die jetzt hier zu suchen haben 1 2 3 4 wachsen relativ schnell nach somit ist es noch im grünen bereich also wo ist denn jetzt sein sehr gut steine bei euch 1 3 stück glaube ich meine ich steinchen gerade sehr praktisch mit diesen textur fehlern ja wenn es geht halt hier eine treppe hoch das wäre hat schon sehr sehr nett da müssen wir aber noch was holen so dann noch eine plane und eine kokosnuss und jetzt müsste das glaube ich funktionieren eine palme brauchen wir noch als ob so hallo der maxel geht es wieder ja aber mit sehr viel einstellungen und ihr guckt mal also die texture und die sind auch nicht mehr so ganz safe da fehlt einiges aber ja gut für den zweck wo ich habe fummeln wir uns das ein bisschen zurecht jetzt haben wir zwei jetzt kriegt das kind hier ein schuh so und somit wenn wir nämlich zwei haben dann haben wir uns einiges einfacher gut wasser haben wir essen haben wir läuft eigentlich so weit jetzt können wir wieder weiter bauen mit unserem häuschen ich möchte nämlich noch eine treppe darunter und eine türe eine treppe und eine türe können wir das hier eigentlich alles vernichten was wir hier haben machen wir mal einfach ach ja ist ja wie gesagt neues update rausgekommen und danach ging gar nichts mehr auch der ton ist bis jetzt immer noch sehr bescheiden naja mir wird es schwierig wir machen das beste draus wir bauen unsere kleines hütchen versuchen jedes regal zu machen alles was so in unserer macht steht und ja mit dem helikopter noch fliegen ja genau das möchte ich noch aber das ist halt nicht so einfach weil ich nicht weil ich mir mein benzin herstellt witzig aber die einstellungen das war schon crazy das war alles verkehrt aber nur isis so kann man ja magst du wie geht es dir so was hast du heute so schönes eingestellt da oder kann man das schon wegnehmen nein so ich glaube das reicht doch von der entfernung her oder jetzt gehen wir mal hier runter das muss man auch da in dieses teil hinein schieben als ob hast du nicht viel eingestellt heute da muss man ja noch glückwunsch sagen zum 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 haus hier zur bau berechtigung das ist viel wert ja und jetzt natürlich die ganzen haus anbieter und bauer vergleichen das ist auch natürlich eine mammut aufgabe so okay lass mich mal hier hoch und dann möchte ich hier runter cool fett das jetzt geht finde ich super das freut mich sehr gut funktioniert kleine wände da bräuchten wir natürlich noch mehr zeugs haben wir was bei uns so okay Durst essen wie immer aber es ist noch alles in grenzen jetzt geht noch jetzt machen wir mal hier einiges an holz shit ja oder so das wusste ich nicht aha das wusste ich dass das auch mal passiert ich hätte nur nicht gedacht dass das jetzt auch mal passiert äh wie mache ich mir denn jetzt ein werkzeug noch mal da brauchte ich erstmal ein stein und dann bräuchte ich ein seil ok so das mit den kleinen dingern ist neu das hatten sie vorher noch nicht okay wir brauchen vier ok ok gut jetzt brauche ich noch ein stein da ist die schlange lauf 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 ach ach zwei braucht man oh man braucht doch zwei komischerweise keine ahnung warum ein steinchen oh was bist du und krieg sie ja gut aber mit steinen ist ein bisschen mau ernsthaft könnten die fledermäuse sich mal hart verpissen hm hm steine steine sehr interessant jetzt wird es daran scheitern dass ich keine steine keinen einzigen stein mehr finde wäre ein bisschen bemerkenswert so so ähm so ein stein wirklich könnte ich denn mit der anderen irgendwie nein gut ich will doch nur ein stein haben man jetzt ernsthaft mal was haben wir denn hier noch so drin ach guck an das lassen wir aber das wäre schön wenn es endlich mal wieder tag werden würde mal das war knapp das ist die schlange das ist die schlange ok 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 ich habe gedacht das wäre ein stein krass das ist nun natürlich ein bisschen doof wäre es etwas heller könnte man ein bisschen tauchen gehen aber das ist ja nicht da der kokosnuss hier muss es doch tausend steine geben na gut kann ich den so mal mitnehmen komm du mal her so kommit ja komm weich wo bist du so nehmen wir dich mal so mit nun wollen wir den anderen müdigkeit ist so eine sache sehr gut das gute ist auch dass hier relativ schnell alles nachwächst somit haben wir da schon mehr spaß dran okay ich glaube wir gehen einfach mal speichern so einmal mal schlafen und speichern steil wir müssen jetzt noch unbedingt fische noch mal jagen weil es sonst ein bisschen crazy wird so die denn jetzt kommt schon her bleib stehen jetzt okay so dann mach's mal kaputt macht ein wenig sinn das ganze so jetzt möchte man wieder das feuer an machen wir müssen gucken dass man steine kommt für so eine axt und so könnt ihr sagen wir gehen mit dem boot weiter aber habe ich jetzt eigentlich nicht so oder die lust drauf so da muss es auch irgendein verschissenen stein gehen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020